Hallo Leute, hier ist TheRacerat und willkommen zum neuen Teil Battlefield 4 Live mit Swam Swam will Ich kann deinen Namen nicht aussprechen Da ist die Gewinnerung am Start Jo Eroberung groß Gollmuth-Bahn Eigentlich sollte was anders kommen, bloß das Video ist verkackt, also Schaue ich mal, ob ich das vielleicht irgendwie fixen kann, dass ich das dann wann anders rausbringe Aber jetzt gibt es erstmal hier ein neues Game Nicht gesniped hatten, das ist schon mal wichtig Ja, erstmal ein neues Game hier und schauen, wie es läuft Erstmal alles anpassen, dass es von der Lautstärke und so alles stimmt Ich bin froh, wenn ich mit der MX durch bin Oh, die Waffe ist so präzise Oh, unter uns irgendwo Ich Ich habe ihn noch gespottet, das war wichtig Gegenüber sitzt auch wer im Haus Ja, ich sehe es aber Alter, ich bin so voll am Müde Nein Was ich halt dabei habe Größter Bullshit EU Größter Bullshit EU und ich habe es dabei Ich würde schon raten, was ich Anti-Air dabei habe Gewisse Minen Mit denen ich ein Fahrzeug zerstören müsste für irgendeine Herausforderung Fuck, ach so, der gleitet in den Pyshop Holy shit Boah, auf der Map geht es eigentlich relativ gut Holy shit Da eskaliert irgendwer Ja, dieses komische Schießteil ist da irgendwo in irgendeiner Base Da ging es gerade eher um L.A.V. oder Truppen Ansporter Der hier reinfährt Ist dein Decker ist nicht mehr endet Holy shit Boah, die habe ich nicht gesehen Und wer ist das Holy shit Was ist denn da dran sitzt, Alter? Ich glaube es ja nicht Was fährt der Typ zu mir da rein? Was soll das? Und ich kann nichts tun, weil ich die blöden Minen dabei habe Und keinen Waffe habe Ja Wahrscheinlich Was ist denn das für ein Bullshit Oh fuck Fuck that shit Ne, keine Lust So was, wir haben keine Lust, da hinten zu bleiben So viele gegnerische Fahrzeuge Alles noch viele Gegner Holy shit Was ist denn das für ein Bullshit Ich habe keine Ahnung, wo der hinwollt Ist mir relativ egal Nein Oh man Mir geht die Muni aus Ich habe mich gesehen, dass ich nicht mehr genügend hatte Und dann machen wir uns gegenseitig Was habe ich denn eigentlich 4-1 4-2 Was genau nimmst du eigentlich ein oder verteidigst du? Ah Du bist der Gegner Uh Geh nicht die Treppe runter Schau auf den Eingang, der kommt hoch Nice All das sind da viele Unter mir Holy shit Was ist denn das für ein Bullshit Wo sind die denn? Oh okay Die kommen wir glaube ich hoch Unter die unter dir sind sie alle Okay Umgefähr um das Haus herum Und unten drunter Und was weiß ich wo Den wollte ich nicht machen Den wollte ich eigentlich nur spotten Weil das war nicht schlau Genau deswegen habe ich nicht auf den geschossen Wenn wir da auf den schießen Sind wir alle tot Holy shit Wir haben nicht mehr mehr in Entdeckung Ne wir haben mehr gar nichts Da fehlen ja alle Ecken vom Haus Das ist ein safer tot gewesen Alter 29 Leben Du versuchst nur in Entdeckung zu gehen Überall Einfach überall Jetzt haben wir einfach keine Flagge mehr Nur noch D und G Alle haben sich entschieden Auf A zu gehen Und wenn man das dann verliert Das ist halt bitter Holy shit Wir haben keinen Pilot mit dem Heli Was ist das für ein Bullshit? Gucken wir jetzt A und B wieder zurück Nein Wir machen uns gegenseitig Wie ein lächerliches DASPEN Ich kümmere mich so lange um Gegner Die hier oben sind Nichts Geil Jetzt haben wir nicht einmal mehr D Geh Geh nicht auf AMB Sven Das ist dumm Ja ich geh hier auf G Oder was auch immer Auf irgendeine Flagge halt Gegnern und Fahrzeug Scheiß drauf Was ich hab den Roadkill gefällt Ich muss eh aussteigen Hol ich mir noch einen Und geh halt drauf Wer hat mich gemacht Gegenseitig oder was? Ja gegenseitig natürlich Ich spawn nochmal bei dem anderen Scheiß Weil ich Diese blöden AA-Mienen fertig haben Die zweite noch Ficken Rollkill Ja ich häng am besten noch an einem Stein fest und komm nicht drüber geklettert Jaaaa Da liegt ne Miene Ja leck mich am Arsch Was soll denn der Bullshit Oh mein Gott ich Roadkill ihn und fahr ich über seine Miene drüber wie lächerlich ist das denn Das ist echt peinlich jetzt will ich zu A und zu B zum fünften Mal Kann doch nicht so schwer sein Bin bei dir Bei mir selber hat grad nichts so funktioniert was ich versucht hab Ich springe dann raus gell Sag mir aber rechtzeitig bevor du rausspringst Ja gerne wenn wir bei der Flagge sind Da ist für Zumindest für drinnen dann lande ich halt für euch So bitteschön Ob ich hier drin sitzen bleiben kann Nein würde ich nicht tun Dann kommt eine RPG und du bist tot Ne bei nem random will ich nicht mitfliegen dann steige ich doch lieber aus So drinnen sitzen bleiben funktioniert schon manchmal Zum Beispiel bei Blutgebiete Ja da schon Ab und zu kannst du es schon machen Ich will aber irgendwie das Risiko jetzt doch nicht eingehen Gehen wir weiter hoch Holy Shit wie einfach überall die Deckung fehlen Ja den Stuhl sieht man halt einfach nicht so dumm ist der Geh von Flagge zu Flagge Alter Vernehmen wir schon wieder B ich komm gar nicht so schnell hin und her Holy Shit Holy Shit What the fuck war das knapp Auf einmal kommt der Eli auf mich zu Junge jetzt zerbarst du dich Jetzt zerbarst du dich Heim und so Wie der Heli halt einfach jetzt hier unten hängt Das wärs jetzt noch wenn ich den jetzt mitnehmen kann Yo ich hab den Eli Oh Shit ich kann aber nicht Heli fliegen Ich werd geroadkilled vom Helikopter wie lächerlich ist das denn Westlich von dir ist ein feindlicher Scharfschütze Oh bin geroadkilled worden vom Helikopter Der wird sein My Little Pony Emblem Oh mein Gott das ist das Schlimmste was dir passieren kann Da sind drei Helikopter wo du gerade hinfliegt bei A und B Nur der Helikopter überall Westlich von dir ist ein feindlicher SG-Schütze zu sein Shit Alter wie viele Giga bei A und B sind das ist ja brutal Der Helikopter hat ein 11 zu 0 Mann Der andere hat ein 11 zu 3 Der Rest ist scheiße vom Team Shit ich hab keine Ich hab keinen Schutz mehr Bullshit 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 Juch Alter hat der Vieh gezogen Wahrscheinlich Wärmesuche und Zuni getroffen Keine Ahnung Normalerweise trifft es dich doch nicht so hart auf einmal Ja scheiß drauf Nein Das Spawn doch Das Spawn Ich seh nicht mal wieviel Hilfe ich als Kill gemacht hab Weil es so weiß ist auf meinem Weltschirm Nein nicht schon wieder Oh Mann Ich Spawn und bin instant fast wieder tot Das ist echt lech Was? Ja Er hat den Pickup Garnasenwerfer Und bombt alles nieder Oh die shit sind das Und du machst den 5 Sekunden später Es kann doch nicht so schwer sein den kack hier einzulegen Oh die shit sind da viele Das war ein dummer Spawn Sven Shit ey Und wie bald her genannt kommen Ja ich block mich mit meinen AA Minen Arsch Was zur Hölle ist grad neben mir hochgegangen Irgendwas ist grad hochgegangen ich will es eigentlich gar nicht wissen Achtung hinter dir ist einer Danke Ich hab noch die Hilfe des Kill 97 bekommen Achtung es mach mal irgendwo auf der Hedis über uns Und es sein ja Ja bloß meine Armin haben keine Lust Doch die hat getroffen Gegner eliminiert Ach scheiße ich hab gedacht meine Armin haben den gemacht Mann Wenn du nicht stirbst hau ich noch mehr Armin rein Dann mach ich vielleicht mal mit denen einen Kill Also irgendwie Armin hat doch grad irgendwas getroffen Ich hab irgendwie 80er Hit gekriegt mit der Irgendwo ist noch ein Gegner Wir können diese Scheiße mal nicht einnehmen hier Wir sind mehr als ein Gegner Hier ist einer Ja bitte Komm mal auf dem Dach der Den musst du haben Ja der ist tot Ich bin tot Fuck es sind da viele Wieder 30er Hit auf die Auf den Heli gemacht Die Armin sind nicht so scheiße Aber sie funktionieren nicht gut genug Außerdem wo hab ich dich überholt Auf einmal war ich vor Äh bin ich vor dir Wuuu WTF Diese Geschütze auf diesen Buggy sind so unnötig Du kannst einfach nicht gescheit schießen Weil die Buggy so Bullshit sind beim Fahren Also wir haben eine einzige Flagge Wie lächerlich ist unser Team eigentlich Du bist so behindert Du bist so behindert Du bist so behindert Wie geil war das denn einer Ich seh dich so durch die Gegend fliegen Du bist so behindert Du hast mich einfach gegen die Wand geklatscht Wie geil war das einer Was soll denn das Du bist so behindert Wie geil ist Wie geil ist Wie geil ist Seit 10 Minuten Wie halt du A und B über alles andere setzt Ja wir haben denn nie Die anderen F und G und so Einen Scheiß haben wir gegen das Aber A und B haben wir nie Weil da immer irgendwelche Gegner sind Wieso soll ich denn da nicht hinfahren Mein Gott Das ist beängstigend Dieser Punkt ist F ist fucking beängstigend Ich weiß nicht mal was ich gespottet habe Ich weiß nur ich versuche mit 4 Leben zu fliehen Ich fliehe einfach ich habe keine Lust da zu bleiben Es ist so gefährlich da Holy shit Oh hinter mir ist einer Warum ist mein Bild auf einmal so ultra braun Warum ist alles braun geworden WTF der macht keinen Rückwärtsrautkill Oh ich habe ihn Ach komm ey was ist das für ein Uhrensohn MLP Das ist das Schlimmste was passieren kann Das ist einfach das Schlimmste Oh hier bin ich nicht vorne Wo zur Hölle bist du Ja ich muss dich hier verstecken alter Ich bin hier Ich weiß nicht mal wie Wie soll man hier rauskommen Ich bin hier irgendwie reingeklitscht auch glaube ich Wie soll man hier Ach hier kommen wir glaube ich raus Irgendwie oder Keine Ahnung Ich komme nicht raus Ich weiß nicht wie ich hier reingekommen bin Wie kann ich hier Hahahaha Bist du draußen Ich bin draußen Wo Ach da Da gehts raus Wir sind aber lauter Gegner Pass auf geh Ja Dass ich nie einen Tod kriege ist mir ziemlich sicher Aber Vor uns ist ein Jeep Auf den habe ich keine Lust zu schießen Jetzt habe ich mir die Position verraten Ich vollidiot Warum spielst du ohne Schalli Ja auf der Map hier sind so große Distanz Ich spiele sogar mit 3,4 Fach Visier Was So ein Scheißlecker kann doch kein Schwein spielen Wie machst du das Ja natürlich Das ist gut Weser nicht Juch Immer ganz normales Rotpunkt Das was man auf die Distanz nicht so gut sieht mache ich mit Aim weg Deine Armin stehen ja auch Deluxe hier genau in die falsche Richtung Da haben sie vorhin auch schon zweimal äh schon Doppelhit gemacht genau in die gleiche Richtung Oh Von überall fliegen die Raketen Von rechts kommen irgendwelche Raketen Ich seh schon Ja ich bin tot Oder Nein ich lebe sogar noch aber nur mal lang So wie es aussieht Da hinten steht wer der dich abschießt Ich wills gar nicht wissen Irgendein Sniper Haben wir ja toll verloren wir hatten vorhin 200 Punkte Vorsprung Jetzt haben wir 400 475 Punkte Ich seh schon wir verlieren die Flagge ich weiß nicht mal wie What the fuck Ja weil der eine hat eine 21 zu 0 der Gegner und unser Team ist fucking Bullshit War nicht so die Wieste genommen der war aber ganz witzig Wenn es euch gefallen hat könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen Abo da lassen Oder das Video zu seinen Favoriten hinzufügen Ja und dann hoffe ich dass wir uns im nächsten Video wiedersehen Dass vielleicht dann das wird was eigentlich kommen sollte Aber jetzt nicht kam Und dann würde ich sagen Servus Leute Und dann würde ich das sehen Und dann bis bald und dann in derreditark Die Entscheidung haben dann bis bald Und wenn es euch gefallen hat und dann bis bald unterbauen Dann wird euch dann wieder sehen Ich will jauname Und dann bis bald 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 Ja und dann bis bald Wir sehen uns die